... sind wir nicht gekommen, darum wollte ich mit Ihnen darüber reden. Ich bin sehr daran interessiert, Ihr Angebot zu hören. Wie bitte? Gehen Sie bitte, ich bin beschäftigt. Das ist alles sehr verwirrend. Hilf mir, bitte. Wie lange werden wir denn noch hier bleiben? Na bitte, wer sagt es denn? Ich bin beschäftigt. Ich bin beschäftigt. Gute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020